Mein Name ist Michael Kliemann. Meine FSW-Leistung ist Tagesstruktur und Wohngemeinschaft, vorbetreutes Wohnen. Warum möchtest du FSW-Kundinnenrat werden? Ich möchte FSW-Kundinnenrat werden, weil ich mich für einen Menschen mit Behinderung stark mache, für besseres Zusammenleben in Wohngemeinschaften und für Diabetiker. Was sind deine Erfahrungen? Meine Erfahrungen sind über einer Sonderschule Klassensprecher und Schulsprecher und ich bin noch immer in der Wohngemeinschaft Gruppensprecher. Was sind deine Interessen? Meine Interessen sind Dokus über die Weltgeschichte schauen, Musik machen und mit Freundinnen treffen. Was ist deine Botschaft? Ich mache mich stark für alle Menschen mit Behinderung. Sonderschule Klassensprecher